Dann haben wir hier was. The Spirit of Samurai. Da sah der Trailer gar nicht schlecht aus. Das ist irgendwie ein Samurai mit seiner Katze. Und die kämpfen. Ich hoffe, das ist besser als dieses komische Cat Apocalypse von Samstag. Aber ich denke schon. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Oh, das war laut. Quali Gaming Production. Die können doch nicht mehr Quali schreiben. Was? Das ist, wo er mich findet. What the hell? Ja, es könnte drehen. Aber das ist kein Dramat. Gut, damals, als es rauskam, da war ich aber auch 15, 16. Da hatte ich andere Flausen im Kopf. Da habe ich nur Need for Speed gezockt und dann mein Leben genossen. Nach allen Zügen. Nein, Hyukong. Er hat es gebeten. Oh. Kitsune. Hallo, mein Freund. Ich habe diese Schwung in einem sehr langen Zeit nicht gesehen. Als das rauskam, wurde ich geboren. Da hatte ich schon eine Alkoholvergiftung hinter mir. Ach Gott, ich muss gar nicht weiterreden. Ich bin schon durch die Discos gezogen. Aber Metal Discos, das war was anderes. Ich habe meinen Schulabschluss 1996 gemacht. Und du auch, kleiner Junge. Jetzt, klick dein Geist und öffne dein Herz. Diese Geschichte beginnt ein sehr langes Zeit vor. In dem Traum von einem anderen jungen Samurai. Das war ja mega geil. Ich habe das geschnitten gestern. Eine Stunde vierundzwanzig. Müssen wir gucken, wann ich das auf YouTube rausballer. Wie du. Er hat das Gift, zu kommunizieren mit den Treespirten. Die sehen ja cool aus. Kasimir der Geisters bin ich und ich will deine Freundin sein. Das ist es schon. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Track to Yomi. Also wer mich schon länger verfolgt, das habe ich vor zwei Jahren habe ich das mal durchgezockt. Das war geil. Das war auch so ein Sidescroller mit dem Samurai. Allerdings in schwarz-weiß. Und es war richtig cool. Außer Feuer. Feuer war farbig. Okay. Hoppala. Zum Ausführen, drücken und halten. LT. Mach ich. Und jetzt? Nichts passiert. Okay. Achso. Rennen. Aber wie sieht das denn aus? Das ist so extra wenig Bilder pro Sekunde. Das aussieht wie so ein Trickfilm. Was waren das immer? Was waren das immer? 16 Bilder pro Sekunde oder 18? Jede Kugel steht für ein Leben. Du hast maximal drei Leben. Ja, wie in jedem Jump Run. Äh, rechte Leiste Ausdauer. Verringert sich, wenn du Schläge oder Bewegungen ausführst und wenn du getroffen wirst. Wenn sie bei einem Treffer Null erreicht, verlierst du ein Leben. Verstehe. Linke Leiste zeigt den Status der aktuellen EP-Stufe an. Runen, mit denen du Werte kaufen kannst. Du erhältst drei beim Stufenaufstieg. Okay. Schnelle Verwendung von Verbrauchsmaterialien aus dem Inventar. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil man kann es unten links erkennen. Die Bedeutung wäre noch ganz hilfreich, tatsächlich. So. Gehen wir mal gucken hier. Aber die Filmkörnung muss weg. Oh, warte mal. Aber zum Interagieren, Y-Drücken. Ist das auch so Samurai-mäßig? Also, klingt so. Die Drachenzwillinge. Die Kodama kannten etwas von ihrem Licht in Takeshi und besuchen ihn in seinen Träumen. In meinen Träumen. Ja, ihr könnt es selber lesen, oder? Es war das gleiche mit Tuckish. Drakontwins. Cool. Cool. Das gucke ich mir nachher mal an. Findet die Zoom. So, ich kann auch rennen, ne? Gehockt gehen. In Bewegung gedrückt halten. Nach unten. Aber es hat irgendwas, ne? Diese wenigen Bilder pro Sekunde. Kommt es überhaupt so rüber? Nicht, dass der Zwischenbilder berechnet beim Rändern. Zum Springen und Atmigen. Ah, doch. Das kommt bestimmt so rüber. Das ist wie beim allerersten Mortal Kombat. Überquere den Abgrund. Hm. Hm. Okay. Was will er essen? Eine Blume. Oh, what? Okay. Gucken wir mal, ob er so eine Blume vielleicht irgendwo findet. Wir hätten auch da vorne interagieren können, ne? Mit dem kleinen weißen Vieh. Fällt mir gerade so ein. Wo war das? Na, noch ein Stück. War doch hier, oder? Ich interagiere mal. Naja. Guck mal, hier ist noch eins. Interagieren. Nichts interagieren. Äh? Ich hab doch jetzt nichts verpasst, oder? Okay, dann versuchen wir da mal... ...drüber zu klettern. Über die Statue. Vielleicht bringt das was. Boah. Ah, verdammt. Okay. Bisschen früher springen. Huuu. Und was geht hier? Da. Interagier mit mir. Energiekugel. Danke. Um die Player-Menü zu öffnen, drücken Sie das. Hier wird Takeshis Status... Hier wird Takeshis Status angezeigt. Verstehen Sie? Hier werden anstehende Missionen und Ziele angezeigt. Findikizun, äh... Überquere den Abgrund. Ja. Hoppala. Dies ist der Inventar-Bereich. Sie können Verbrauchsmaterialien in der Schnellverwendungsoberfläche zuweisen oder ihre Position ändern, indem Sie drücken... ...dass Sie drücken können? Mmh, mmh, mmh. Okay. Okay. Hast du Lebensenergiekugel? Okay. Dann gucken wir mal. Irgendwie müssen wir hier rüber. Ach! Energiekugel da reinstecken. Ah! Da. Der hat ne, äh, ne Brücke geschissen. Der hat ne, äh, ne Brücke geschissen. Ha, ha. Überquere den Abgrund. Abgeschlossen. Da hinten ist wieder so'n Vieh. Da können wir nix machen. Okay. Findikizuna, ja. Gefunden. Hallo, mein Freund. Du schaust... ...schau... 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 ... ...man kann es lesen, ja? Muss ich nicht vorlesen. Okay. Es... Es kann nicht sein. Was hat verändert? Alter, mach doch einfach weiter. Der Antwort kann nicht sein, was. Aber wer? Du musst die Stadt warnen. Wir haben uns für das alles vorbereitet. Die Präparation nimmt dich nur auf den Boden. Die Wahrheit riefst du über das. Und die Kräfte ist niemals öffnet. Ich frage mich grad, ob das von den gleichen, äh... ...herstellern ist wie, äh... ...Tracktoyomi. Also guckt es euch gerne mal an. In meiner YouTube-Liste. Ah, es geht doch weiter. Das war nämlich sehr, sehr cool. Werden bis zum letzten... Okay. Wir werden wissen, ob das genug ist. Wir werden wissen, ob das genug ist. Do nicht unter-esstimmate your enemy. Wie ist er von dem Tod? Tell me, wann, wann, wann... ...wann... 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 ...lässt deine Instinkte guide you... ...und... ...kippe Chisai nahe. Okay. Chisai? Der Feld im Wald ist kein Ort für... ...a... ...kitten. Kann er sein. Aha ja. Chisai ist die Katze. No living thing belongs single. Katzeaa. But in desperate times... ...all must play their part. Now wake... Wake up. Little Susi... Okay. Wach auf. Wake up, Neo. Follow the white rabbit. die hatten ohrpiercing zwei sogar ja absolut matrix super geil super geil am anfang dachte ich noch was ist das denn quatsch und habe erstmal wieder ausgemacht und hat es ein paar jahre gedauert bis ich da mal wieder reingeguckt habe und habe dann direkt die blu-ray box gekauft weil es so geil die spielerin etwas weniger ja mit teil 3 hatte ich probleme teil 4 also der wo kürzlich rausgekommen ist habe ich nicht viel erwartet aber fand die schlecht tatsächlich ah takashi finally you know my mornings are not complete until i have seen my samurai spa i understand but i have something i must speak with you about remind me what is our first duty in this village to maintain our fighting strength for a moment i was worried you had forgotten first you fight then we talk genau lupa das beschreibt sehr gut ja besser als gedacht aber schlechter als erhofft ich glaube ein bisschen lauter können wir ruhig machen also grafik finde ich echt gut muss ich sagen ich habe schon mal die fackel kaputt gemacht um sich abzusichern halte ert da digger hey hua hu 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 um abzurollen und schnell von hinterher zu greifen drücken sie boom haha drücke abwehr wenn dein gegner angreift um zu parieren okay hey warte 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 ich war noch gar nicht zu weit hm 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 do t hm hm ha h h hm h was um dich in der abwehr zu drehen für einen schnellen schwung auf die gegensätze seite aus gehe zurück während du in der abwehr bist und rolle training wiederholen passt dinge da will ich jetzt töten oder steh auf steh auf was machst du denn nein gedrückt dass wir in ruhe was war so so da zerrissen das 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 Er kam zu mir in meinen Tränen wieder. Ich schaue, Stendoji zurück. Wie kann es sein? Ich fühle es in meinen Händen. Lass es sein. Darf es sein. Lass es sein. Lass es sein. Ja, Master! Der Moment, den wir uns vorbereitet haben, ist auf uns. Gehe zu der Tower und beobachte die Situation. Dann reporte zurück zu mir. Richtig! Ich habe es vergessen. Samurai. Irgendein Samurai. Komischer Vogel, du. Wie heißt das denn? Wie heißt das? Das ist nur ein ... Das ist nur ein ... Warios. Also ein ... Es ist noch ein God. Egal FBI, open up! So, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Hab gerade getrunken. Aber ich tue es nochmal. Guck mal, Stufenaufstieg. Wo? Da. Blast. So, hast du schon abgestimmt im Discord, was wir gleich zocken? Vielleicht hast du auch Bock mitzumachen. So, um das Menü-Kampfsystem zu öffnen, drücke hier freigeschaltete Treffer. Freigeschaltete Treffer. Du kannst sie verschiedenen Kombos zuweisen. Gesperrte Treffer, schalte sie frei, indem du Stärke und Geschick erhöhst oder Schriftrollen verwendest. Das erinnert mich sehr stark an Track to Yomi, muss ich gestehen. Nichts dabei, was ich habe. Schade. Wohin ist alles im Game Pass, oder? Außer Hogwarts Legacy. Die Abstimmung geht, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde oder so, aber nach der Demo gucken wir, wie weit was sind. Hier werden die Treffer von Kombos zugewiesen. Jeder Treffer kann nur einen Platz verwenden. Okay. Wenn Sie die Frage stellen, alles ist eine Demo. Ihr braucht mir das Spiel nicht zu erklären. Fügen Sie es hier hinzu. Ja. Leichter Schlag. Aufwärtsschlag. Ja, schon. Also das brauchen wir. Aha. Habe aber nichts von denen runtergeladen. Was gibt es noch? Das scheint die Map zu sein. Aber sonst noch. Ja, aber ich habe doch jetzt schon sechs Runen. Wie benutze ich die denn? Naja. Wir machen mal weiter. Bot. Der wird nicht mehr der Kopf der Bande werden können. Okay, wait. Ich war noch nicht so weit. Ich bin Takeshi und ich muss zu meiner Burg. Oh, das war fies. Oh, mal da. In your face. Also ich muss sagen, das könnte mir Spaß machen. Wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Track to Yomi. Oh, die Pfeile sind abgezählt. Noch neun. Okay, aufpassen. Oh, die Pfeile sind abgezählt. Der hoher Taten One. Ich habe ihn. Ja, mir einfallen würde, wie das Spiel heißt. Das ist die Frage. Das ist, das ist, das ist terrible. Chisai, I hope you're somewhere safe. Ah, stimmt. Wo ist die Katze? Findet Chisai. Aha. Sunsetzwang? Mitnehmen. Oh, cool. Das erinnert mich wirklich sehr stark an Track to Yomi. Oh, cool, das Viech. Ja, Zeus, ähm, du kannst ja trotzdem abstimmen. Für das, was du sehen willst, musst du ja nicht unbedingt mitzocken. Nur so als Hinweis am Rande. Boom. In der Abstimmung ist schon wieder hell da was dran. Was? Spoiler-Alarm. Ehrlich, ja? Schon wieder hell da was? Haha. Ja, da habe ich aber auch mächtig aufgerüstet. Also, das könnte sogar ganz gut werden. Hey, 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 Digga. Geh weg. Ja, blöde Viecher. Das hört sich an, als würde es übersteuern. Tut es aber nicht. Fisch. Ich will den Fisch. Boah, Alter. Habt ihr einen Schuss? Ich bin gleich tot, ne? Das klingt ja unangenehm. Okay. Das ist wieder hell da was. Okay. 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 Machen wir gleich. Klingt das was, wenn ich die? Oh, Pfeile. Verwenden sie den Schrein, um Statistiken zu verbessern und Gegenstände und Weihrauch zu erhalten. Jawoll. Verwende Runen, um deine Werte zu verbessern. Ja, haben wir ja ein paar. Kann ich jetzt noch nicht. Okay. Du bekommst die benötigten Gegenstände, in denen du Räucherwerk opferst. Wir sind jetzt dran. Feuerpfeile. Oh, cool. Eisenkunai. Ja, ich will hier aber nichts opfern davon. Guck mal, 100 Schaden. 60, 80. Okay, nicht opfer. Wähle den Kirschegegenstand mit den Bewegungstasten. Menge. Ja, mach weg. Ja. Und jetzt? Ah. So, ich hau doch mal ab, bis nächstes Mal. Alles klar, so ist viel Spaß noch. Ähm, Freitag, Black Ops, äh, 6, ne? Story Mode, aber wenn du Bock hast, komm rein. Und morgen auch irgendwas abgestimmtes dann wieder. So, Opfer darbringen. So, geopfert. Und jetzt? Ah, das habe ich ein bisschen Stärke gekriegt. Oh. Okay. Gehen wir mal weiter gucken. Fortschritt gespeichert. Das klingt immer noch so, als würde es übersteuern. Na egal. Pfeil. Räucherwerk. Ah, wie? Ah, wie? Äh, kann ich da hoch? Ja, wie? Ah, jetzt, ja. Okay, geh mal. Habe ich hier? Things to do? Ah, ja. Da, ein Gefangener. Ah, Nako. Ah, du bist okay? Takeshi. Ich bin so glücklich, dass du dich sehen. Wir denken, du warst. Es ist so schnell. Ah, ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Aber Kitsune hat mir gesagt. all that matters now is that we prevail let your sorrow harden your resolve we need you quickly you or me and you are you alright I couldn't invade for the baby Oh. Von Flying Wildhawk. Ach die haben auch Shadow Warrior gemacht. Guck an. Games developed. Evil West war auch von denen. Das war ja geil. Spacepunks. Aber das nicht. Wie auch immer es heißt. Finde Anakos Schlüssel. Joa. Ich versuch's. Bestimmt im Haus drin. Geht hoch. Geht hoch. Jetzt. Digga. Muss mir schon eine Chance geben. Hey. Ich parier doch. Jetzt. Geht hoch. Jetzt. Geht hoch. Boom. Oh. Erstmal Leichen plündern hier. Okay. Dann können wir mal gucken. Jetzt. Treffer freigestaltet. Flugschlag. Okay. jetzt habe ich die feuerpfeile ausgerüstet war das ein regen geräusch sollte ja irgendwie schon da kann ich hier neben auch vorbei nein okay feuerpfeiler hey digger mach dich platt der war gut der war gut kann ich ja nicht aufklangen hoch kann ich ja nicht oder doch so genau stimmt mir fehlt ja noch der schlüssel nicht runter gehen und sie haben da vorbeigehen ja da ist nichts okay weil Walnüsse? Ey, Digga, 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 Moment, ich war noch nicht so weit. Der hat nicht getroffen, hast du was gesehen? Hey. Okay, manchmal sind sie ein bisschen schwer. Nüsse. Okay, das war's. Dann, äh, Das ging noch höher da vorne, ne? Oder? Oh. Oh. Ha, Schlüssel. Ja, muss ich mal wieder raus. Aber hier raus. Gut. Da, la. Räucherwerk. Okay. So. Räucherwerk. Jetzt habe ich den Schlüssel. Das muss man nur rauskriegen. Wie war... Zu der Lady nochmal kommen. Hier. Anouk. Oder wie sie heißt. Oh, ob ich jetzt wieder da sind, die Gegner. Nö. Okay, was kann ich mit dem Schlüssel jetzt anfangen? Da geht's nicht weiter. Da drin war ja auch nix, ne? Außer Unwetter. Nein. Okay. Da müssen wir die Lady finden. Der ist auf, äh, dem rechten Slot. Boom. Verstehen wir uns? Ah. Ja, stimmt. Okay. Ein Pfeil. Okay, es ist schwerer als man denkt tatsächlich. Man verliert schnell Energie hier. Alle anderen stehen jetzt. Ja. Okay. Okay. geht es da rein wo geht das darin dann gehen wir erstmal daran ich könnte auch mal energie zu mir nehmen könnte ein fehler gewesen sein sage sage mal die dicke da ist voll die die lootwerkstatt quasi der nimmt gar nicht an energie zu fäll euch das auf komisch komisch das leuchtet zwar da oben aber es tut sich nix ok is it is you know ah na go ich glaube schon ok also wohl nicht in diesem haus weil die haben wir jetzt alles schon durch ja sonst haben wir alles eingesammelt hier ist auch nichts mehr gleich in dem raum kann ja immer sein dass man was übersehen hat da ist noch was da ist anna wundervoll just a few more seconds we should go there if you drink this your strength will double be cautious its effects do not last long cool neither will we if we stay here stärketrank äh lady ich wäre gar mitgekommen da alle stellen bleiben naja solange hat jetzt aber auch nicht geholfen da war eben noch was hier kirchen warte 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 okay ein bisschen einsammeln ein bisschen einsammeln müssten noch was sein nein das war's okay rein da jetzt haben wir die katze noch nicht einmal gehabt aber sieht cool aus irgendwie hätte ich nicht gedacht aber ich mag den stil mit den wenigen frames the spirit of the samurai is so heiß okay 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 und 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 und